Alter, was ist jetzt los? Alter, was ist los? Ist da was für dich drin oder was? Hat er schon wieder gerochen hier? Er hat doch schon wieder gerochen. Ein Paket ist da! Ein Paket ist da! Warten! Die alte Supernase hier. Die alte Supernase. Guck dir mal das andere. Gibt's doch gar nicht, oder? Warten, Adoi. So, ich warte hin. Guck mal. Ui, Tequila. So, guten Tag, der Uwe aus Thailand. Ich weiß nicht, haben die Hunde oder haben wir ein Paket bekommen? Ich glaube, es ist für die Hunde. Ein Paket ist da! Und zwar vom Knut und Colette aus dem schönen Gernsheim am Rhein haben wir ein Paket bekommen. Es ist doch nicht Weihnachten. Hat aber wieder ganz genau drei Wochen jetzt gedauert, bis es ankam. Und Zoll haben wir jetzt hier kein bezahlt. Was wir Zeit haben, war so wichtig, wenn jemand von China kommt, Zoll zahlen. Also ist auch hier, gucken Sie jetzt, verschärft danach. Aber das hier war jetzt ohne. Und der Hund ist schon ganz aufgeregt. Und der Papa auch. Ja, aufmachen. Sieht also gut aus. Ich glaube nicht, dass da irgendwas vom Zoll aufgemacht worden ist. So, Plastik, Plastik, Plastik brauchen wir, wir nicht. Plastik. Plastik. Der Hund, ehrlich zu, das ist die Supernase. Sag mal, wie kann der das riechen? Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal, guck mal. Der Sabber so, ist so raus hier. Warten, ey, Kira. Kira auch. Drei Stück. Drei Stück. Genau richtig. Wunderbar. Baller Männer drin. Oh, ho, ho, ho. Chef, wer? Warten, warten, müssen zusammen. Einen, denn du musst schneiden, noch einen. Ja, Chef. Ja, Chef. Ja, Chefin. Sonst gibt es gleich wieder Streit, ne? Ja. Kira warten. Gut, ne? Ja. Hol die Äle auch so hier. Warten, 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 oh, oh. Äle warten. Sie sieht aber gut eingepackt, du. Die Dinger hier. Alles reich. Alles reich. Zunge raus. Zunge raus. Zunge raus. Zunge läuft. Zunge läuft. Bye. Und tschüss. Hattest du noch einen? Und tschüss. So, jetzt haben wir die erst mal glücklich gemacht. Jetzt haben wir die erst mal glücklich gemacht. Er hat gesagt, hab mehr. Nee, hab die mehr. Heute ist keine Ente drin. Kein Huhn drin. Da war ja der Gag mit dem Huhn da, mit dem Quietschehuhn da drin. Heute ist kein Knochen. Nee, das ist alles meins. So, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Haribos. Ja, also jeder weiß, eine Haribos ist immer wichtig. Eine Haribos ist das Allerwichtigste. Die sind auch auf bei uns. Die haben die alle schon aufgegriffen. Sind alle weg. Oh, die ist halt. Jetzt kennst du die? Apfel? Ja, Apfel. Nicht Apfel. Apfel. Apfel und... Nee. Apfel, Apfel. Was ist das, Ani? Pfirsich? Ja. Pfirsich? Interessant. Oh, was ist das denn? Colorado, meine Liebling. Colorado. Oh, hier, 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 hier. War dick. Dicke Senf heute. Dicke Senf. Dicke Senf. Ist bei mir auch jetzt alle. Den letzten habe ich hier Löwensenf. Den habe ich jetzt letzte Woche auf. Und den Bautzener Senf haben wir auch weg, ne? Den haben wir ja hier bei den Rinderrouladen gut versorgt, ne? Gummibärchen drin, Gummibärchen drin, Gummibärchen. Das sind die Pons, ihre Lieblinge. Vielen Dank. Die da. So, hier hat er noch mal Senf drin. Oh, hallelujah, hallelujah. Nochmal. Oh, die sind lecker. Diese, diese lecker. Du gehst weg mit deiner Supernase hier. Diese, ja, die sind auch lecker. Die sind auch lecker. So. Es hat doch eher noch mehr. Ich hab nicht mehr, Adolf. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Du kussigst auch kein mehr hier. Ne, 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 hau ab, hau ab. Ne, 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 ne. Hau ab. Nein, 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 nein. Alles meins. Alles meins. So, was haben wir noch? Die Schere, die kommt raus. Socken. 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 39, 42. Passt. Gott sei Dank. Thermosocken. Oh, das sind, äh, gut, Thermosocken. Ich weiß sie nicht. Äh, damit kriegst du aber keine kalten Füße. Vielen Dank. Auch so. Ha, 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 ha. Vorne ist immer kalte Füße, ne. Vorne gibt es im Winter, ne. Kalte Füße. Kalte Füße. Solche nennen auch so. Nochmal Thermosocken. Richtige Größe. Dann Kett haben wir auch noch drin. Wahnsinn. Auch richtig. Passt. Wohin kommt der Korn. Aber das sind, das sind Socken. Äh, das sind, das sind Socken. Ah, nein. Das sind, das sind Socken. Das sind Socken. Das sind Socken. Wie habt ihr mehr? Meine Socken. Ohne, ohne Knochen. Ohne Knochen. Ohne Knochen. Ohne Knochen. Also das sind die, die Socken hier. Ich leck die da hin. Die Socken hier. Sonst kommt der Hund hier und frisst mir noch die Socken weg. Hier. Hier. Oh Gottes Willen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Vorne. Vorne. Wie viel Spaghetti kannst du essen jetzt? Zu lang. Das sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das reicht. What is that? Das reicht. Zehn. Und. Und. Ah, hier. Guck mal hier. Die habe ich jetzt bestellt. Guck mal hier. Die ist dick. Für, für, für zarte Lippen zum Küchen. Hahaha. Für Romantik. So. Das war's. Dokumente. 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 Oh ja. Das ist. Also Versand ist wirklich teuer, ne? Versand ist wirklich teuer, ne? Versand ist wirklich teuer, ne? Ja. Das waren jetzt fünf Kilo, fünf Kilo, sechsundsechzig Euro. Scheinbar, ne? Scheinbar. Also. Knut. Vielen Dank. Dankeschön. Oso. Wir freuen uns. Der Hund tickt noch komplett aus hier. Ich glaube, der sucht noch das Huhn hier. Der sucht noch das Huhn. Wo ist der Knochen dahinten? Mein Hund hat Keksemehl. Ich hab nix. Da ist der Knochen dahinten. Guck mal. Mhm. Die Kira schon. Wo sind die anderen zwei? Weiß ich nicht. Die haben die Knochen, oder? Ich glaube, ich weiß ich nicht. Mhm. Der Sabber läuft aber jetzt raus dann da. Ich denke, der Sabber läuft doch. Schön. Also. Knut, vielen Dank. Hast dich so in Unkosten gestürzt. Wir freuen uns. Der Hund. Der Hund. Äh. What is that loaded? Du, der will noch Kekse haben, oder? What is that? Mann, Mann, bei mir. Mann, bei mir. Ich hab keine Kekse drin heute. Why? Da ist der Knochen dahinten. Wo ist deine Knochen denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also. Der Hund ist noch ein wenig aufgeregt. Er hat wohl noch ein bisschen Kekse noch erwartet. Hier zum sofort Knabbern. Knut nochmal, vielen Dank. Genau. So. Jetzt hat er gesehen, es gibt nichts anderes mehr. Jetzt kann er kauen. Jetzt ist glücklich. Jetzt kann er kauen hier. Er hat hier. Jetzt hat er auch noch ein paar Kieger. Und er ist glücklich. Oh, es ist glücklich. Ich bin halt nicht glücklich. Ich hab hier. Der Hund. Sieht nie? Sieht nie? Sieht nie? Sieht nicht so fast? Sieht nicht so fast? Sieht nicht so fast. Sieht nicht so fast? alle drei glücklich. Alle fünf sind glücklich. Die Hunde glücklich, Porn glücklich, Uwe glücklich, alle glücklich. Halleluja. So einfach geht das. Also, immer wieder gern. So ein Geschenkpaket kommt bei uns immer gerne an. Auch bei den Hunden sieht man ja wohl. Irgendwann ist es ausgetickt hier. Wir auch. Vielen Dank nochmal. Und immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand danken nochmal. An Knut und Colette. Und tschüssle. Und fertig. Und tschüssle. Tschüssle.